Wofür lebst du? Wofür brennt dein Herz? Was lässt deine Augen leuchten? Jeder Mensch ahnt es. Wir sind erschaffen für Faszination. Tausende von Ablenkungen verkleben unsere Augen. Eine ganze Generation teilt eine Sehnsucht. Eine ganze Generation fühlt es. Da ist mehr. Eine ganze Generation sehnt sich nach am Meer. Nach der puren Gegenwart Gottes, die alles erschüttert. Nach einer Schönheit, die größer ist als das Universum. Nach heiliger Faszination. Pure Leidenschaft für Jesus. Tausende von Menschen, die nur für eines brennen. Vier Tage in der Herrlichkeit der Anbetung. Das ist die Meer 2017. Das ist Holy Faszination. Wie heute Abend. Was ist heute Abend. Wie heute Abend. Vielen Dank.